Die Expo Rodeo Neuland 2015 erwartet dich mit ganz besonderen Kulturangeboten. Am Donnerstagabend werden die Wettkämpfe in der Disziplin Equitation de Travajo vorgeführt. Danach verwöhnt sie Ivan Volz und seine Band mit Musik und Tänzen zu deutscher Volksmusik und Sertanejo, begleitet von einer internationalen Pferdeshow. Am Samstagabend besucht uns die Band Millennium Sia Show aus Brasilien mit deutscher und südamerikanischer Musik und natürlich darf das spektakuläre Feuerwerk nicht fehlen. Expo Rodeo Neuland 2015